Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play mit Hartz-O-Rion 4. Ja, ich gebe mich nochmal ran. Letztes Mal hatten wir das mit den Mods eigentlich nur getestet und das war kein richtiges Let's Play deshalb. Das war ja mehr Mod-Testen und das war dann auch nicht so dolle. Die Mods waren so ein bisschen, weiß nicht, haben mir nicht so gut gefallen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt was Neues überlegt. Und zwar wollte ich die Spanier mal spielen, um zu gucken, was man damit mal anstellen kann. Weil eine Sache, die ich halt immer wieder höre und lese und die ich früher eigentlich auch mal gedacht habe, also früher, sehr früher, war, dass kleine Nationen schwer zu spielen sind, weil die Manpower-Probleme langfristig entwickeln. In der Industrie kann man immer irgendwie erobern, nachbauen, so ein Zeugs, aber Manpower ist eigentlich ein Problem. Und ich habe jetzt aber so seit einem Jahr ungefähr, bin ich da anderer Meinung inzwischen. Einfach, weil ihr viele Möglichkeiten habt, Manpower hochzuschrauben und das eigentlich reichen sollte, wenn man ein bisschen das ordentlich managt, das Ganze. So, von daher habe ich gesagt, jetzt beweise ich mal, weil ich selber denke, was stimmt. Und spiele mal Spanien, was ja eigentlich ein Manpower-Problem dann hat, wenn er damit die Welt zum Beispiel erobern wollte oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen. Einfach mal was kaputt machen. Und habe jetzt hier ein 36er-Spielstand gestartet mit Spanien, Medium, alles, nichts anderes eingestellt, alle Standardoptionen. Und habe jetzt einfach mal schnell durchlaufen lassen, bis der Bürgerkrieg anfängt, weil da das Spiel startet, da entscheidet ihr euch quasi, welche Spanien ihr spielt. Ich war jetzt allerdings überrascht, dass der Bürgerkrieg gegen die Kommunisten stattfindet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das normalerweise Faschisten sind gegen Demokraten hier. Also eventuell bin ich jetzt voll hardcore auf der falschen Schiene. Aber dass der Bürgerkrieg Faschisten gegen Kommunisten ist, hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Naja, also auf jeden Fall ist das die Republik Spanien unter kommunistischer Führung. Und die wollen sich als Präsidentin nicht anschließen. Das bin ich hier oben. National Spanien. Franco. Und von da haben wir jetzt Bürgerkrieg. Damit fängt das Spiel jetzt quasi auch an. Ich habe nur einen Tag da laufen lassen im Bürgerkrieg und muss jetzt gleich mal designen das Ganze. Bevor wir aber den Bürgerkrieg runterrattern und die dreckigen Genossen aus dem Land schmeißen. Das könnte ein kurzer Bürgerkrieg werden, so wie das hier aufgestellt ist. Das ist eigentlich richtig so der Anfang. Okay. Vielleicht wird es auch eine kurze Runde, weil je nachdem wie die Verbündeten kommen. Der Russe kann ja mehr schicken als der Deutsche, wenn der Deutsche überhaupt Truppen schickt. Könnte das relativ schnell wehtun hier. Aber gucken wir mal. Also erstmal planen wir und dann lassen wir uns kaputt machen. So. Und ich habe mir jetzt ein paar Sachen angeschaut. Erstmal mit dem generischen Focustree. Ich bin nicht so ganz vertraut. Deswegen habe ich den nochmal durchgelesen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass es hier ein paar schöne Sachen gibt, die wir auf jeden Fall machen sollten. Also fangen wir an. Politisch gibt es hier rechts. Das ist schon fast das Wichtigste, hätte ich gesagt. Gibt es hier diese zwei Trees, von denen ich eigentlich nur den kollektivistischen runtergehen kann. Den man dann in den nationalistischen ändert. Und warum? Weil die, wenn ihr rechts runtergeht, das ist eher so, ihr wollt nicht Krieg führen in der Kombination. Das Einzige, was da wirklich Sinn macht, meiner Meinung nach, hier rechts könnt ihr irgendwie Truppen haufenweise schicken und diplomatisch sein. Wäre hier vorne diese Deterrence, weil ihr da 20% schneller Fabriken baut. Aber es ist halt auch Aufbau. Und das ist halt der Schneeball. Wenn ihr einen sehr kleinen Schneeball habt, rollt ihr halt auch sehr langsam. Von daher macht halt 20% schneller Aufbau bei kleinen auch nicht viel aus. Von daher ist das hier eher die dümmere Seite für das, was ich vorher habe mit Spanien. Und die linke Seite, die unterscheidet sich halt gegen faschistisch oder nicht-faschistisch. Da ich aber jetzt Elbpräsident der Faschist bin, macht es auch wenig Sinn, dass wir auf die Internationale gehen. Also ich kriege die nicht aus meinem Land, nur um dann nachher das Land wieder umzumuddeln nach kommunistisch. Da habe ich den nächsten Bürgerkrieg am Hals und Stabilität geht runter. Aber davon abgesehen sind auch links die besseren Sachen bei meiner Meinung nach. Und zwar könnt ihr hier unten, wo ist es denn? Genau, Recruitable. Also ihr kriegt hier mehr People, da kriegt ihr 5% Manpower, hier kriegt ihr 2% Manpower. Das ist halt sehr einmalig, 7% in Summe. Wenn ihr Gesetze umschaltet, kriegt ihr nochmal 35% drauf. Dann sind wir schon bei 42,5% mehr Manpower. Und Spanien verfügt über 27 Millionen Manpower. Also das ist halt, wenn Frau und Kind mitmacht. Und wenn ich davon halt ungefähr so 40% abzwacke, dann habe ich halt so 11 Millionen Soldaten, die ich unter Waffen stellen kann. Da ist zwar keiner mehr in der Eisbude, der Eis isst oder Eis ausgibt. Aber da sind 11 Millionen unter Waffen zumindest. Also von daher können wir das Manpower-Problem, wenn wir das hier kombinieren, und wir können das noch auf 50% pushen, wenn wir nicht nur den Barrel ausscrappen wollen, sondern auch die Rollstuhlfahrer noch an die Front schicken, dann kriegen wir das auch locker auf 47,5% von den 27 Millionen, können wir dann unter Waffen machen. Ich wette, dass dann nur noch Frauen rummarschieren, weil die darf man ja nicht unter Waffen stellen leider. Eine schöne Nation auf jeden Fall dann in der Heimat. So, also das ist so ein bisschen die Idee. Da unten, das wird dann nicht mehr so wichtig. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, das könnte man hier unten machen, wenn wir hier nochmal Pony für Defense bekommen. Da können wir in der Heimat besser verteidigen hauptsächlich. Auch angreifen, was ja auch nur in der Heimat, ein Korps, Provinzen und Great Factions. Also mein jetziger Plan sieht vor, dass wir halt hier runtergehen, diesen Tree, Militärism und so weiter, und dann eben hier unten drauf gehen. Allerdings kommen da jetzt ein paar Abstufungen. Also erstmal, wie früh muss ich hier runtergehen? Am Anfang, glaube ich, muss ich da erstmal gar nicht runtergehen, weil ja im Grunde genommen kriegt ihr halt nichts, was ihr braucht, um eure Economy anzutreiben oder schneller Krieg zu führen. Das ist eher mittelfristig. Und das heißt also, wir machen erst was mit Economy, kommt ja links gleich und Tech und so weiter, und dann geht das hier zwischendurch mal runter, damit wir hier vorne das ein bisschen festigen und die Manpower so langsam erhöhen, wie wir sie halt brauchen. Das dauert ja auch inzwischen, bis die anspringt. Das ist ja nicht mehr Klick und Sprung. Der Brief muss erst ankommen, dass wir auch die Kinder einziehen. Und dann hier unten, das ist dann eher Late-Game-Geschichte. Wenn wir wirklich sinnvoll eine Fraktion bilden können, also wir Faschist sind, dann können wir uns dann entscheiden, ob wir uns den Deutschen anschließen. Oder vielleicht gibt es ja schon eine andere faschistische Fraktion, meinetwegen Italien mit irgendjemandem, dass wir uns denen anschließen. Und dann können wir sogar Deutschland noch plätten. Also nicht historisch angemacht. Oder halt, ja, die Frage ist halt, ob wir überhaupt Länder einladen könnten potenziell, die potenziell interessant wären für unsere eigene Fraktion. Und dafür ist es abhängig, ob wir das da unten freischalten jemals. So, das war die Geschichte, also mit Game-Geschichte. Dann habe ich mir das ja angeschaut. Fighter kommen relativ früh freischalten. Da müssen wir mal gucken, was potenzielle Gegner sind, ob wir überhaupt Fighter brauchen. Aber das wäre so ein bisschen optional. Früher attacken die Geschichte halt. Die Naval Efforts ignorieren wir komplett. Die Army Efforts, da bin ich nicht ganz sicher, ob ich die wirklich brauche. Da sind zwar nette Boni bei, ne? Hier vorne halt ein bisschen schneller researchen und Doktrinen schneller und ein bisschen Army Experience, ja? Das sind alles nette Sachen. Da ist aber wirklich nichts bei, wo ich sagen würde, dass es elementar ist. Das kann man auch, glaube ich, vollständig weglassen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie eben die Economy-Sachen hinterhergezogen werden können und die politischen Dinge hier. Die Industrial, das ist jetzt das, wo ich anfangen will. Bei Industrial könnt ihr jetzt links und rechts unterscheiden bis da unten und rechts ist witzigerweise Militärfabrik und links ist Zivilian Factory. Ich habe mich gefragt, ob das irgendjemand mal durchdacht hat, das System, weil, also bis hier unten, ja? Dann ist das so, wenn ihr drei Militärfabriken macht, also ihr könnt die drei Militärfabriken gegenrechnen gegen die zwei Zivilen und die Infrastruktur. Ob die Infrastruktur das jetzt wert ist, weiß ich nicht, aber wenn ihr hier mal durchrechnet, vielleicht will ich mich eben am Kopf verrechnen, kann durchaus sein, Also eine Militärfabrik, die kostet 7.200 und die Zivile kostet 10.000 bla bla bla. Das heißt, ich kriege für zwei Militärfabriken, das sind ja dann 14.400, kriege ich irgendwie 1,5 zivile Fabriken. Wenn ich jetzt aber in diesem Focus Tree, den linken Tree hier runtergehe, statt den rechten, kriege ich zwei zivile Fabriken plus eben die Infrastruktur, ja? Jetzt kann man natürlich noch sagen, Infrastruktur kann man gegen die dritte Militärfabrik umrechnen, aber ich habe das Gefühl, dass das hier massiv mehr wert ist, gerade weil ihr die am Anfang auch freischaltet und damit die Dinger dann auch richtig gut noch baut. Wenn ihr am Anfang mehr Waffen baut, liegen die eh nur auf Halde, weil ja keine Kriegeführung vor die World Tension hoch ist. Und da bin ich nicht sicher, ob die rechte Seite jemals besser ist als die linke. Ich würde auf jeden Fall die linke runtergehen. Ich sehe gerade, da ist gar kein Strich da unten, ne? Wie funktioniert denn das dann? Heißt das, ich kann beide runtergehen, ja, ne? Weil sonst hat doch immer hier so einen Strich, wo man eine Entscheidung treffen müsste. Das heißt, das ist gar keine Entweder-Oder-Entscheidung. Das habe ich falsch gelesen. Ich habe halt gedacht, dass man dann, ne, wenn ich hier unten bin, da runterkomme, oder hier unten bin, dann da runterkomme, weil da fehlt ja ein Strich. Wenn man beide machen kann, dann natürlich beide. Ja, aber dann ist das recht keine Frage. Dann ist auf jeden Fall die linke Seite und dann die rechte. Wer das zuerst anklickt vor dem, der hat halt einfach faktisch Industrie weggeworfen. Ja, dann ist das nicht so gut. Okay, wir schmeißen keine Industrie weg. So, auf jeden Fall gehen wir dann das runter, dann das hier. Und hier unten gibt es zweimal Tech, das kann man auch relativ früh versuchen, freizuschalten, das ist hier nicht verkehrt. Und das war eigentlich die ganze Geschichte im Focus Tree. Der ist relativ übersichtlich, da ist nicht so viel Zeugs. Technology Sharing, das ist vielleicht noch eine Option, die wir später freischalten können, in einem absoluten Late Game. Wenn wir wirklich jemanden haben, der Technology Sharing macht und ich das nochmal bei Wikipedia durchgelesen habe, aber mein Verständnis ist, wenn ich das habe und die in derselben Fraktion, Allianz und wie das Zeugs da heißt, Vasallen und so, haben dieselbe Technologie, dann täcke ich die, glaube ich, schneller, wenn ich Technology Sharing an habe und dann gibt es wohl irgendwelche Modifikatoren noch dran. Das könnte man halt überlegen, wenn halt irgendwie eine Nation da halt relativ schnell Gas gibt und die aber Gas gibt in einer Kategorie, wo ich halt nachziehen will. Also aus irgendeinem Grund, England umher bei mir drin ist, die täcken ja relativ früh, weil die die ganzen Boni drauf haben, diese ganzen komischen, wie heißt das da, mit den Denkmaschinen, Computern und so ein Zeugs. Und ja, wenn ich die halt in Fraktion habe, aus irgendeinem Grund, könnte ich das halt machen, nämlich ja schnell hinterher-Tag, weil das ein wichtiger Tag halt ist, ne, solche Geschichten. So, das war der Focus Tree-Plan. Ja, die Grundgeschichte für, ähm, wie wird die Armee aufgebaut, ganz grob. Ich kenne mir in Spanien natürlich nicht so gut aus, aber, das Ding ist, je mehr Manpower-Probleme ich habe, desto häufiger muss ich die Manpower-Gesetze umstellen, was einfach Political Power kostet, was gerade am Anfang nicht so attraktiv ist, weil ich die für andere Sachen sinnvoller gebrauchen kann, wie Economy wieder aufbauen oder Krieg führen und so. Das heißt also, Manpower sparen hilft mir auch, äh, Politiker Power zu sparen, was mir mehr Optionen gibt. Ja, das ist die eine Geschichte, das ist nicht Manpower sparen, die andere Geschichte ist natürlich, dass auch, äh, das Umstellen der Gesetze irgendwann dazu führt, dass Industrie runtergeht, ne, und das will ich natürlich auch nicht unbedingt. Von da ist Manpower sparen mir schon ein großes Anliegen. Die Frage ist halt, wie extrem wir das durchführen wollen, und von da könnten wir jetzt Entscheidungen treffen, sowas, dass wir zum Beispiel von Anfang an jede Division mit einer Panzerung versehen, irgendeiner Form, meinetwegen den leichten Panzer oder jeden Heavy geben, muss man halt mal gucken, und Preise wahrscheinlich eher der leichte Panzerzerstörer in Frage kommen. Was hast du denn für Panzerung? Zehn, verstehe. Muss man halt mal gucken, was hat denn so ein dreckiger Infanterist am Anfang für eine Piercing, aber das ist natürlich fünf irgendwas, glaube ich, ne. Schon was länger her, dass ich die Zahlen angeguckt habe. Der hat zum Beispiel 4,4, genau, aber wenn ich zehn beipacke, habe ich auch nicht zehn, weil die ja nur einen Durchschnitt bilden. Ja, also die Überlegung wäre vielleicht, dass man von Anfang an halt relativ früh Panzer in die Division schiebt, was natürlich von von der Industrie nicht zu leisten ist, in aller Regel, ne. Aber dann könnte man halt Manpower sparen, das spart langfristige Industrie. Also die Frage hier wäre, langfristig Industrie sparen oder Manpower sparen und dann weiß ich halt noch nicht genau, wenn der Krieg vorbei ist, wie die Lage ist und was die potenziellen nächsten Gegner sind, um da eine Entscheidung zu treffen. Aber das ist schon mal auf der Agenda. Die andere Geschichte wäre natürlich die Ressourcenlage. Welche Ressourcen stehen Sie überhaupt zur Verfügung, ob wir überhaupt eine Option dafür haben? Also ich weiß, da es Tungsten bei Portugal gibt, die Portugiesen werden sich ja super gerne das sehr schnell abgeben. Die sind allerdings Demokraten. Was bedeutet, dass sie relativ schnell zu den Alliierten kommen? Jetzt weiß ich nur nicht, wenn man die 37 angreift, aber A, ob das möglich ist und B, wie die Alliierten dann drauf reagieren und C, wer ist denn die Alliierten zu diesem Zeitpunkt dann? Also wenn das jetzt nur ein Engländer Franzose ist oder sagen wir mal, ich glaube, wo fängt das an bei England oder Frankreich? Ich weiß gar nicht, wer ist ein Alliiertenführer immer am Anfang? Ich vergesse das dauernd. England wahrscheinlich. Ja, England. Ja. Also wenn nur England den Portugiesen unterstützt und der Franzose macht da am Anfang nicht mit bei den Alliierten, dann ist das halt nicht so schlimm, weil der Engländer kann ja gerne mal hier landen, den kriege ich doch wieder raus. So, von da hätten wir unter Umständen und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Vorräte, die tungsten Vorräte zur Verfügung in England. Wo ist denn das Ding? Da. Da ist das tungsten Zeugs. Was halt zwei massive Vorteile hat, wenn man es im Ödigen erobern. Erstmal können wir es an jeden Trottel auf der Welt verkaufen, der eine Artillerie bauen will und eine Pack und einen Panzer, glaube ich. Je nach Panzermodell, glaube ich, aber auch. Aber hauptsächlich Adlerie ist das, wenn ich mich richtig erinnere. In jedem Fall ist es ein gutes Handelsgut, den man Fabriken reinbekommt, von all der Welt. Und weil man nicht gegen jeden gleichzeitig am Anfang Krieg führen, wie das halt so ein dummer Deutscher oft macht, haben wir auch viele Handelspartner. So, das wäre halt die eine Geschichte. Ja, von daher Portugal erobern. Dann haben wir selbst Tunken zur Verfügung. Das heißt, wir können viel Adlerie benutzen. Andere Ressourcen, wenn man hier guckt, Spanien ist ja ein riesen Albtraum. Da gibt es ja wirklich nichts in der Nation. Das nächste, was wir bräuchten, ja, Aluminium braucht er für Flugzeuge hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob Flugzeuge nicht zu teuer sind für uns. Ja, die nächste Geschichte wäre halt, wo kriegen wir halt die guten Ressourcen her? Also, der Krieg an Frankreich würde ich auf jeden Fall gerne daran teilnehmen, weil ich meine Stahlvorräte dann einfach mal verdreifache. Oder? Jetzt richtig überschlagen. 24 Stahl. Obwohl ich das noch dazu habe, es nicht verdreifachen, aber das dann so 50 Stahl und hier unten allein liegen halt 36, 44. Also es wird ungefähr, also mal 20, aber ich verdoppel fast meine Stahlvorräte, wenn wir Krieg gegen Frankreich führen und Nordafrika dem abnehmen. Also wenn die Achsen Krieg gegen Frankreich machen, dann Trittbrettfahrer aber mitmachen. Nur die Frage, ob wir Seiten der Achsen oder meinen eigenen Krieg anzetteln. Dann müssen wir mal gucken. Der Vorteil wäre auch, wenn ich Südfrankreich dann erobere, zumindest hier oben bis, was ist das da? Aquitaine. Und dass ich dann nochmal die Aluminiumvorräte erhöhen kann, obwohl ich wie gesagt nicht glaube, dass wir das für die Flugzeuge verwenden. Das ist einfach zu teuer mit Flugzeugen. Aber könnte man halt auch noch rumhandeln wahrscheinlich. Ja, wir sehen schon, Öl und Chromium und so ein Zeug ist überhaupt nicht vorhanden bei uns und Gummi sowieso nicht. Das ist natürlich die Frage, wie weit wir in Übersee jemanden was stibitzen können. Aber wenn wir am Anfang mit den Alliierten einen Feind machen, dann ist Übersee-Stibitzen eigentlich gar keine Option. hier und von daher, es gibt ja portugiesische Kolonien in Afrika und wo ist das da? Makao oder Makao? Da heißt das so gar nicht. Wer heißt denn der Scheiß? Ich glaube, das ist grün-grün, aber da ist irgendwo ein portugiesischer Stützpunkt. Doch, Makao war richtig. Da ist es. Das ist halt grün auf grün, weil das ist halt nicht Portugal. Also das ist was anderes grün als das. Das muss man so akzeptieren. Auf jeden Fall, jetzt gibt es so Stützpunkte in Übersee und von da aus kann man dann eben auch Kolonien erobern und so weiter und Zeugs holen. Gerade wenn man sich vielleicht den Krieg gegen die Irten anschließt oder sowas, also auf der Achsenseite den Krieg anschließt, kann man hier Sachen erobern und dann hat man diese wichtigen Ressourcen um Panzer und so herzustellen. Aber da ist halt die Frage, wie man halt die Seerschaft jemals sichern will. Ich habe da halt Zweifel, dass das funktioniert, weil da muss sich halt dann die Achsenspieler, Japan, Italien und Deutschland, wenn die überhaupt eine Achse bilden, müssen sie sich halt darum kümmern, die Seefahrtsrouten freizuschaufeln. Und also da würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Wenn die natürlich irgendwann England plätten, dann wäre natürlich ein Bakao-Stützpunkt gut, um dann eben die Kolonien zu übernehmen, weil Englands Flotte dann raus ist und dann alles sicher ist. Also ihr seht schon, das ist wieder eine sehr dynamische Angelegenheit. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass wir wenig Flugzeuge und wenig Panzer deswegen im großen Umfang herstellen können. Das wollte ich nur sagen. Dennoch brauchen wir halt ein bisschen Öl, um Panzer zu schirm und sonst ein Manpower-Problem kriegen. Und die einzige Ölfunktion, mit der wir einhandeln wollen, dafür wäre wahrscheinlich, irgendwie nach Rumänien zu kommen. Aber das ist halt ein komischer Tritt in die Seite. Jetzt mal aus purer Neugierde. Jetzt habe ich natürlich, kann ich das hier nicht ranklicken. Wie viel Öl bräuchte ich, ich habe eh nicht viele Industrie, ich stelle ja, wenn Panzer, auch nicht viele Panzer her. Wie viel Öl bräuchte ich denn ungefähr? Also erst mal, wenn ich die Wahl zwischen den leichten und den heavy Panzern habe und sage, ich habe ein Ölproblem, dann immer die heavies. Das ist ganz viel Preiswetter. Und die Anzahl der Panzer, die halt dadurch Öl kostet, wird halt preiswerter mit hier vorne, Panzerzerstörer für die Panzerung. Das heißt, die beste Option, um Öl zu sparen, wäre eigentlich der heavy Panzerzerstörer, obwohl der unglücklicherweise halt Chromium kostet. Ja, den kriege ich halt mit Tunksten. Das wäre halt der Vorteil. Aber er verbraucht halt mehr Öl. Die zahlen hier oben, also die zahlen da unten über den Preis und die zahlen da oben über die Ressourcenvergabe. Die sind völlig wertbefreit, einfach weil hier braucht er solche 60 Panzer, da braucht er 40 Panzer, da braucht er 50 und bei dem Panzerzerstörer braucht er, glaube ich, 24. Ja, also was ich sagen will, ist, die Zahlen beziehen sich halt auf ein Panzermodell und ihr wisst halt nicht, wie viele Panzermodelle die Bataillon braucht oder die Brigade, außer ihr wisst das halt, wie ich idiot auswendig. Von da sind die Zahlen jetzt ziemlich wertbefreit für den normalen Spieler. Die, ja, also die Ressourcen hier, die würde zumindest das Tunksten können wir nutzen ohne Probleme, aber wir kriegen halt Ölprobleme. Und der Ölfaktor, den wir hier verbrauchen, der ist auch ein ganzes Eckchen größer. Also ich würde tatsächlich ganz gerne auf den gehen. Auf der anderen Seite brauchen wir viele Divisionen für eine große Front und dann kriegen wir das in Masse auch nicht verteilt, den Scheiß. Also eine Kompromisslösung wäre tatsächlich das Gerät hier, in jeder Hinsicht. Aber da müssen wir halt mehr Tecken, bevor wir das reinschrauben können. Da, da, schwierig. Ja, also wenn ich schaffe, Portugal zu kicken, dann gehen wir auf den Medium Tank, weil die Ressourcen da am besten von unserem Land genutzt werden mit, glaube ich. Also Medium Tank Zerstörer. Der Hobbit, das kann man ganz knicken, das geht gar nicht von den Ressourcen, wir kriegen nie das Öl zusammen. Auch die Industrie nicht. Wir machen das mit Standard Artillerie. Aber ich glaube, wir machen den Medium Tank Zerstörer mittelfristig. Und vorher arbeiten wir komplett ohne Fahrzeuge. Ist eh eine Industriefrage, ist vielleicht sowieso nicht machbar, wenn ich Fahrzeuge früh tecke. Ich glaube, das wird die Panzer-Tag-Strategie Medium Zerstörer. Ich weiß, ich habe Gebirge. Ich werde die nie im Angriff da einsetzen. Da gibt es dann immer zwei Divisionstemplates für. Ja, und Artillerie natürlich, absoluter Fokus, keine Frage. No-Brainer. Keine Spezialisten, das ist alles wertbefreit. Hier müssen wir nachher mal gucken, was wir da freischalten wollen. Also immer Adlerie machen. Ja, gibt es eigentlich nicht viele Optionen. Also Adlerie ist das hier und fertig. Ja, das ist eigentlich alles. Gut, dann ist die Entscheidung getroffen. Also zumindest einen groben Ausblick. Und wie ihr schon gemerkt habt, der Großteil davon ist sehr dynamisch. Es hängt von der Situation ab. Aber dann haben wir schon mal die Eckpfeiler. Ja, dann ist zumindest schon mal die ganzen Forschungsdinger und alles hier anschmeißen. Hier den Schraubschlüssel holen und Construction kann man nachher auch mal vielleicht machen. Nochmal erstmal hier das Tech-Ding an und joa, braucht man ja auf jeden Fall. So, die Geschichte, wie sieht es im Lager aus mit den Waffen? Wir spielen ohne Waffen, alles klar. Das ändern vielleicht mal ganz kurz. So, haben wir mal hier so eine 5er Queue. Support-Gerät werde ich ganz wenig vergeben. Ich meine, wofür braucht ihr das Zeug? Ja, für welche Support-Bataillone? Nur für Support-Bataillone, für die ich gar keine Verwendung im Early-Game habe. Also das lassen wir auf 1, einfach, weil es gerade schöne Effizienz hat. Das tut mir so eine Seele weh, aber sonst wird das halt nicht verbessert. Und dann schieben wir eben die Adlerien daher, so gut das halt eben geht. Machen wir einfach voll, bis die Dinger halt fertig sind. Genau. So, Schiffsgeschichten, Ressourcengeschichten, fehlt das Ölsagen, die... Was für ein Schiff habt ihr? Ihr, was für ein Bötchen? Also erst mal haben wir hier den letzten immer fertig. Der ist schon angefangen, das heißt, den können wir abbrechen vollständig. Da verlieren wir nichts. Den haben wir noch fertig in 1,9 Monaten, den Heavy Cruiser. Heavy Cruiser 2. Also wir haben halt den Canarias Klasse und den Schuruka Klasse. Gibt es eine A-Ausführung? Seht ihr gerade eine A-Ausführung irgendwo? Der Light Cruiser hat eine Ausführung. Ich bin sicher, was der modernere davon ist. Der hier wahrscheinlich. Also der Light Cruiser, der hat ein Upgrade. Das heißt, der hat bessere Werte als ein Light Cruiser haben sollte. In jeder Kategorie halt einen Punkt. Ja, leichte Kreuzer ist eigentlich eine ganz gute Klasse. Also ich kann mit Schiffen wahrscheinlich eh gar nichts anfangen hier. Aber wenn wir schon Schiffe herstellen müssen, dann machen wir die verbesserten Kreuzer. Wir können den Zerstörer machen, aber im Grunde genommen habe ich keine Anwendung für all die Schiffe. Der Heavy Cruiser, da bauen wir ja noch ein. Dann gehen wir dem jetzt einfach einen Screening-Schirm von den leichten Alfonso-Klassen-Dinger, weil die verbessert sind. Und dann schieben wir den einfach bis Spielende da rein. Kommt auf die Ressourcen ein bisschen an. Du willst dafür Öl sehen, sagst du. Wie langsamer bauen wir das denn ohne Öl? Weiß gar nicht mehr, wo man das einsieht hier irgendwo. 100% langsamer. Aber ich glaube, das ist, weil ich keine Dock-Hard da drin habe. Machen wir den jetzt mal fertig. Ja, wobei, dann können wir das hier uns auch schenken, das Schiff. Der kostet auch Öl. Das kostet alles Öl. Dann ist auch egal, was da anklicken, weil es eh nicht gebaut wird. Aber ich kann da nichts dran ändern. So, okay. Das hätten wir. Das wird nachgeschoben, sobald mal das Ding raus ist. Wir handeln mit Sicherheit keine Ressourcen an. Das Recht nicht. Geben wir eine Fabrik für ein Aluminium raus. Wofür brauchst du Aluminium? Für das Equipment braucht der Aluminium echt? 5% langsamer stellt er das her, weil das fehlt. Er darf in die ganze Fabrik wegschmeißen, wäre halt kompletter Schwachsinn, weil eine Fabrik bringt 5 Produktionspunkte und wenn ich 5% langsamer herstelle, dann sind das halt 4,95 statt 5 Produktionspunkte. Wenn ich die ganze Fabrik rausgebe, verliere ich aber 5 Produktionspunkte, so den Faktor, was das 100. Also der Ressourcen einhandeln wäre, glaube ich, nicht ganz so gut und da lassen wir den 5% langsamer das herstellen und der Rest wird ja 100% geschoben. Okay. So, was willst du von mir? Fabriken? Achso, bauen, sagst du? Ja, da ist die Frage, wie früh über welche Bauprojekte anmachen wegen der Infrastruktur. Lass mal gucken. Ich könnte mir mal vorstellen, dass gerade so Madrid eine sehr hohe Infrastruktur hat und die großen Bauvorhaben sind ja da besser zu realisieren. Und da bin ich nicht sicher, ob ich jetzt hier große Projekte anschmeißen will. Die sind halt alle 6, ne? Das ist halt, die Frage, ob ich das hier mache, ob das nicht sofort eingerissen wird. Ich mache es jetzt einfach mal an der Küste, auch wenn das hier besser wäre, weil die Stahlverräte dann erhöht werden würden. Aber das kann ich zumindest am Anfang noch nehmen. Ich mache es jetzt einfach, ach, Straße, Quatsch, denn das ist was, dass wir noch keine Straße haben. Ich mache jetzt einfach hier, also theoretisch kann man das machen mit dem Aufbau, aber mir geht es halt, ich will ja direkt auch Portugal und so übernehmen, ne? Und da machen wir jetzt dann nicht zu viele Faxen. Ich mache jetzt einfach nur da oben die Ecke und hoffe, dass ich eine neue Entscheidung greffe, wenn die dummen Kommunisten raus sind. Sie können drinbleiben, Sie können ja die Fabriken wirklich hochziehen im Straflager. Man ist ja offen für alles. Achso, das müssen wir auch noch anklicken, sagst du? Okay. Ja, so Army-Efforten so am Anfang lohnt sich eigentlich nicht so gravierend. Also ich denke, wir fangen mit den Industrial Efforts an, da kann man nichts falsch machen. Basic Training, Undersigned, Decisions, da habe ich noch gleich reingeguckt, was hast du denn Schönes? Factory Conversion, ja, das ist sicher eine dumme Sache am Anfang. Warbonds, oh, feine Sache, wer zahlt das denn? Kostet das 50 Punkte, kriege ich 5% weniger meiner zivilen Fabriken werden dann verwendet. Das ist natürlich jetzt immer die Frage, was man lieber tauscht, aber ich glaube, wir machen das, weil das dann auch 5% diese 5% Fabriken, die nicht zivile Butter herstellen, die stellen halt dann Kanonen her und wir haben halt 6.000 zu wenig Waffen im Lager, ne? Und das ist, glaube ich, unabhängig wie teuer das ist, eine gute Sache fast schon. Worker Conditions, no, auch nicht, Land Appropriation. Das ist, glaube ich, keine gute Idee zu jetzt am Anfang. Okidoki. So, weg, weg, Krieg. We at war. Danke für die Info. Frag mich halt echt gleich, wer Truppen schickt. Ja, übrigens, neuer Sign. Ressourcen haben wir gerade geklärt. Okay, ja, das wäre so ein bisschen der Start und im nächsten Videoteil tun wir dann gegen die Kommunisten kämpfen und wenn der Russe Truppen schickt und der blöde Hitler uns keine schickt, dann könnte das eine sehr, sehr kurze Runde werden. Aber ey, wir gucken mal. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe.